und auch warum nicht so wow Wow, der muss wirklich viele Probleme mit Hatern gehabt haben auf YouTube. Nicht so wirklich. Ich bleibe lieber hier stehen und gucke, was du für mich im Petto hast. Hallo! Ja, kommt näher. Ja, kommt näher. Ja, kommt näher. Da! Alles für euch. Ja, mögt ihr noch mehr? Ja, wo seid ihr denn? But, but, but. Butti, 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 butti. Butti, butti, butti. Butti, butti. Hallo. Plopp. Ja, was ist? Ja, Leute, wo bleibt ihr denn? Kommt schon. Ja, nicht so schüchtern. Komm ruhig näher. Ja? Und das sagt man einmal, mit Tarnung kann man keinen Spaß haben. So. Wer mag nochmal? Wer hat noch nicht? Läscheln, bitte läscheln. Wer du wüsstest, was ich gerade für einen Dauerkränzen im Gesicht habe. Oh, 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 die nächste. Oh, schade. Trottel. Ah ja, ich trinke erstmal ein Tösschen Kaffee. Mh, wunderschöne Musik. Mh. So könnte doch das ganze Spiel ablaufen. Ich trinke den Kaffee und lasse mir die Musik um die Ohren dudeln. Wollt ihr selber mit mir spielen? Das kann ich aber nicht zulassen. Du magst auch spielen? Mh, 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 mh. Ah, wundervolle Musik. Oh, der Mann weiß, wie man stilvoll eine Falle stellt. So, noch einer da, der uns auf die Nüsse will. Oh, so. Hm. Okay. Mh, 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 mh. Nete, tete, tete. Gick du weg. So. Mal gucken, was halten die? Hm, mh. Na, du da. Hm. Okay. Entschuldige bitte diesen Gasbruch. Du musst einem alten Narren sein Temperament verzeihen. Die Geburt steht kurz bevor. Die Schmerzen der Wehen können die Urteilskraft trüben und sogar den edelsten Geist zum triebhaften Gier werden lassen. Aha. Naja, solange uns Geschenke gibt, soll es uns recht sein. So. So, jetzt wisst ihr, worum ich da die ganzen Fallen gestellt habe. Hm, ja, okay. Hm, hätte ich nicht mal so viele stellen müssen, ne? Schade. Äh, die hab ich schon alle fast ausgenommen. Ja. Meine Güte, Alter, kannst du hier mal durchfegen? Ist ja schlimm hier. So. Wer ist mir denn da jetzt reingedoppelt? Na, egal. Wird sich schon irgendwann melden. Hä? Ne, 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 ne. Oh, geil. Ich höre einen Dicken. Warte mal. Aha, zwei Girlies muss ich noch retten. Gleich mal wieder Fotos machen hier. Die Paparazza, äh, Paparazza rauslassen. Äh, de, 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 Paparazza? Wie komme ich jetzt auf sowas? Hm, wisst ihr, warum ich das Ding so mag? Das nennt mich echt originell, äh, originell. Alter, was ist heute wieder los? Das, ähm, ich meine, original an die, ähm, Elektrokanone aus Matrix 1. Immer noch der beste Teil von Matrix. Die zwei anderen waren einfach nur noch lächerlich. So, mein Großer, bring mich zu deiner Little Sister. Ich hab ein Eis für sie am Stiel. Aber ich find's wirklich schön, dass die uns ignorieren. So, ich lass mich immer von ihm hauen. So, seht ihr? Bisschen zur Seite geknüpft, weil wir irgendwie im Weg standen. Das ist wirklich schön gemacht. Das ist nicht so eine 0815-KI, wo denkt, oh, da steht einer, den muss ich töten. Hm? Na? Hm, hm. Oh, ist das niedlich. So, Knips. Gut, gut, gut. So. Trösten hier dich erst mal ein Weilchen. Sorry, Kleines. Ist ja okay. Ich tu dir ja nichts. So. Siehst du, keiner hat dir was getan. So. Abmarsch. was kann ich mir denn jetzt wieder leisten. Ähm. Kampf. Dominik. Ja. Was packe ich mir denn rein? Ähm. Hm. Ähm. Ja. Ja. Ja, das sieht gut aus. So. Dann machen wir noch das vierte Foto. Ja. Ich wollte nicht drei sagen. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich bräuchte aber wieder ein Weilchen, bis ich mal gesprächig werde. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen stumm. Oh, direkt die dritte. So. Knips. Das finde ich aber schön, dass ihr heute so in Scham auftaucht. Du stehst mir im Weg, Alter. Da, da, da. Sehr effektiv, um ihn auszubreißen. Ja, zu den dümmsten Dingen, die man tun kann. Eine Rakete direkt vor seiner Nase abfeuern. Hm. Ist ja okay. Tut ja keiner was. So. So, dele. Danke. Danke. Ich finde ihn niedlich. So, Kassette. Kassette, 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 Kassette. Kassette. Keine Kassette. Doof. So, hier waren wir schon drin. Ja. Ja, also hier kann man richtig schön Zeug absagen. Hm. Ja, ja. Pfeile. Oh, oh. Hm. Gut, 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 gut. Ah, da freue ich mich doch. Äh, hier ging es nicht lang. Hier gab es auch nichts mehr großartig. Äh, ja. Nennenswertes gibt es hier drüben, glaube ich, noch. Ich trau dir nicht, alter. Äh, jetz, 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 jetz. h h k lalala woher ich immer nur sowas weiß so Schadensteigerung Ah so aber ich nehme mal Feuergeschwindigkeit